Guten Morgen, Mrs. Wund. Und ob das ein guter Morgen ist. Wow, das geht ja gar nicht. Sind Sie bei einem superlauten Rösperer dabei? Selbstverständlich. Eins, zwei, drei. Elliot, ich glaube nicht, dass du sowas machst. Was für Sautes? Wenn Frauen Männer dazu bringen wollen, komplett abzuschalten, gibt es nur ein Thema. Wisst ihr, gestern war ich Schuhe kaufen und da habe ich so ein tolles Paar Manolo-Flyings gesehen. Schuhe kaufen. Die waren super süß. Gut, wir können reden. Was hast du dir dabei gedacht? Wir haben uns nur geküsst. Ich behandle seinen Sohn seit einer Woche und zwischen uns hat es total gefunkt. Am Anfang war es nur unschuldiges Geflirte. Hi, ich bin Dr. Reed. Warum hat mein Sohn Blut im Stuhl? Hä? Wessen Stuhl? Riemchensandalen. Schuhe kaufen. Red weiter. Und dann frage ich ihn, wo seine Frau ist und er sagt, sie ist nicht mehr bei uns. Und dann, naja... Cool. Oh, hätte ich fast vergessen. Spitzen-BH. Körbchen Größe. Beschreib ihn ganz genau.